Pferde mit Satteln und Rüstungen, Esel, die mit Tragetaschen praktisch Sachen transportieren können und Leihen, mit denen man die anleihen kann und noch vieles mehr, das gibt es jetzt erstmal in der neuen Snapshot-Vorstellung. So, hallo an alle zu einer neuen Snapshot-Vorstellung. Mojang schraubt mal wieder in der Update-Schraube und das heißt, es gibt wieder einige Sachen zum Vorstellen. Dieses Mal gibt es ein lang ersehntes Feature, was jetzt eingeführt wurde und das würde ich dann auch gerade mal vorstellen. Es gibt Heuballen, das ist natürlich nicht alles, aber damit fangen wir erstmal an. Und zwar gibt es einen neuen Blog namens Heuballen, die kann man jetzt hier so platzieren. Also hier steht es unten drin, nein, kein Name, wird noch nicht angezeigt. Ist noch nicht so aktuell 100%ig implementiert worden. Man sieht jetzt natürlich auch Weed-Wechsel, wird das unten namentlich angezeigt. Aber das mit dem Heuballen, das noch in der Entwicklung ist, ist jetzt eine sehr frühe Version davon, wird das noch nicht angezeigt. Es sind trotzdem Heuballen und die können wir dann dementsprechend so platzieren wie anderen auch oder wie andere Blöcke auch. Das heißt zum Beispiel wie Holz in gewisse Richtungen, nach vorne, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, was auch immer. Und ja, gut. Passend zu den Heuballen, es geht wohl mehr in Richtung Bauernhof, so nach dem Motto, gibt es das Kernprodukt der ganzen Geschichte, nämlich Pferde ab sofort. Ich kann hier mal ein paar spawnen. Das hier ist jetzt ein kleines, schwarzes Pferd und das können wir unter anderem füttern mit Weizen, sodass es wächst. Wir gucken mal, es wird größer und größer und größer und größer, bis es nicht mehr wächst, dass es ausgewachsen ist. Jetzt haben wir ein großes, schwarzes Pferd praktisch hier. Alternativ können wir noch ein anderes Pferd spawnen. Die spawnen entweder, also es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch als klein spawnen und in der Regel spawnen die aber trotzdem als groß, wie man es sehen kann. Farben sind relativ verschieden. Die Pferde machen lustige Wege, das heißt, die können nach vorne hochspringen und wegen der farblichen Gestaltung ist übrigens auch hier keine Grenzen gesetzt. Es gibt übrigens noch mehrere Arten von Pferde, das heißt, andererseits die normalen Pferde, wie ihr seht, und Esel. Es soll auch eine Art Maultier geben, aber da habe ich jetzt noch nicht direkt rausgefunden, was für ein Unterschied das ist. Also eine Mischung zwischen Esel und, glaube ich, Pferd und so. Und, naja, gut, so. Fangen wir erstmal an, was die alles können. Das sind jetzt wilde Pferde praktisch. Ich nehme jetzt einfach mal das Pony hier und das muss ich erstmal zähmen. Das ist wild, ja. Gut, da setze ich mich erstmal drauf und jetzt rennt das hier im Kreis rum und versucht sich zu befreien und hat mich abgeworfen. Es hat mich abgeworfen, ich setze mich nochmal drauf. So, jetzt nochmal, ich versuche es zu zähmen. Es hat mich schon wieder abgeworfen, diesen, diesen harten Nehmen, diesen... Und, und, wird das was? Wird das was? Wird das was? Es hat mich schon wieder abgeworfen, das ist echt widerspenstig hier. Probieren wir es. Ah, jetzt, gut. Ah, endlich habe ich es geschafft. Okay, ich habe es gezähmt. Ihr habt jetzt gerade die Herzchen gesehen. Die sind aufgekommen, jetzt ist es brav und wirft mich nicht mehr ab. Also müssen wilde Schafe zähmen. Wenn wir uns draufsetzen, können wir mit linker Shift-Taste übrigens wieder runtergehen und dann sind wir abgestiegen. Gut, als nächstes bräuchten wir vielleicht, also man kann sie jetzt nur draufsetzen, die laufen ganz alleine. Als nächstes bräuchten wir jetzt einen, ähm, Sattel, um auf den draufzureiten, dass wir die auch steuern können, weil das ist ja blöd, wenn wir noch draufsetzen, die rennen in alle Richtungen. Wir wollen die ja steuern können. Und dafür haben wir jetzt folgendes, ähm, Crafting-Rezept. Das sieht dann so aus. Wir nehmen einfach drei Eisen und dann wird hier einmal Leder drüber gestülpt. Dann kriegen wir einen, so einen Horse-Sattel, also Sattel extra für Pferde. Den habe ich hier schon einmal im Inventar drin und dann nehme ich mir, oder gehe ich mal schnell zum Pferd und mache mal rechtsklick drauf und setze da mal einen Sattel drauf. So, jetzt kann ich mich dann aufs Pferd setzen, weil ich ja einen Sattel drauf habe und ich kann das auch steuern. Und damit reiten wir extrem schnell. Also finde ich jedenfalls, es ist eigentlich schneller als Sprint. Mal gucken, was sieht, wenn ich Doppelsprint mache. Ne, das macht keinen Unterschied. Jedenfalls Pferde können normal, ähm, sprinten. Die laufen automatisch, ähm, also wenn jetzt hier ein Blockunterschied ist, hoch. Das heißt, die können blöcke automatisch nach oben gehen und, äh, laufen einfach so im Kreis. Dann kannst du ja, also ich würde es so formulieren, wenn man ein bisschen baut und lange Strecken hat, dann kann man die Pferde ganz gut nutzen, äh, ganz gut nutzen, solche Strecken zu überbrücken. Aber, ja, gut. Dann als nächstes, seht ihr jetzt unten, äh, es gibt jetzt, äh, die Experience-Leiste, die hat sich geändert. Und zwar, ein Teil davon ist jetzt violett gestaltet und da hinten fehlen zwei Balken von der violetten Anzeige. Pferd kann nicht nur normal jetzt hier Blöck hoch und runter laufen, das kann auch noch Folgendes machen, das kann nämlich springen, so. Wenn wir Leertaste gedrückt halten, lädt sich dort unten jetzt gleich der Balken auf, und zwar blau, bis zum Anschlag, dann geht der leicht wieder ein kleines Stückchen zurück. Das ist sozusagen, ich sag jetzt mal, die Sprungkraft, die du reinsetzt. Anscheinend ist das so gemacht, dass wenn du die Beine, in Anführungszeichen, zusammenschlägst, äh, oder Druck ausübst, irgendwie das Pferd dann zum Sprung ansetzt. Wenn du es dann gleich ganz festmachst und gedrückt hältst, hat das Pferd nicht so einen Überraschungseffekt, sag ich jetzt mal, und kann nicht ganz so hoch springen, wie wenn man es am richtigen Zeitpunkt abpasst. Deshalb gibt es da so eine, keine Ahnung, ich sag's jetzt mal, Aufmerksamkeits-Leiste, sag ich jetzt mal. So, ähm, das Pferd springt hier so einen kleinen, oder wenn ich dann loslasse, springt das einmal so nach oben. Hat's jetzt gerade gesehen, genauso wie die Pferde, wie man gerade gesehen hat, und das macht's übrigens auch auf dem Stand. Und jetzt, äh, folgendes, wenn ich jetzt nur so ganz kurz drauf drücke, springt es nur ganz kurz hoch. Nicht so weit hoch, wie wenn ich jetzt zum Beispiel bis zum Anschlag voll laden und dann hoch springen. Dann springt es einen Tacken höher hoch. So, und die, die, die letzte Anzeige kann man nur kriegen, wenn man exakt den richtigen Moment an, 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 ich sag's mal, anpackt und, oder richtig schafft. Und zum richtigen Zeitpunkt abspringt, dann kriegt man die maximale Sprungkraft praktisch raus. So, jetzt, das war, das war die maximale Sprungkraft. Äh, das muss man aber richtig perfekt timen, weil wenn man nämlich zu lange lässt, geht die Anzeige wieder zurück. Und wenn man es zu kurz macht, äh, reicht die Anzeige nicht bis ganz hinten hin. Man hört, das ist vielleicht noch die Tastatur ein klein wenig. Okay, also Pferde können dementsprechend auch hier so ein klein wenig, äh, springen. So, ähm, eine Sache, die jetzt vielleicht nur interessant wäre, die ich noch nicht ausprobiert hab, wie, was ist denn, wenn zum Beispiel ein Pferd so springt? Äh, ob, ob es dann dabei zum Beispiel einen Mob oder so angreifen kann. Das wäre natürlich auch gut zu wissen, weil die, warte mal kurz, ich probiere es nochmal. Wird das irgendwie was? Nein, das ist mir nix, okay. Hätte ja sein können, denn Pferde unter anderem, die sind nicht einfach nur simple Reitbegleiter, sondern die haben auch noch ein Zusatz-Item, das man sich noch craften kann. Nämlich das da hier, das ist ein Diamond Horse Armor. Also man kann die Pferde auch sozusagen mit einer Rüstung ausstatten. Die wird folgendermaßen halt gecraftet, einerseits so, oder halt, wenn ihr Eisen oder Gold wollt, die Diamanten einfach mit Eisen und Gold ersetzen, die bittet dann ein Wollestück. Dann kriegt ihr so eine Diamond Horse Armor, die kann ich dann gerade mal hier anlegen. Wenn ich dann rechtsklick drauf mach, ist das Pferd jetzt hier mit einer goldenen Rüstung verziert. Ähm, oder, ich sag mal so, das Pferd müsste jetzt eigentlich mehr Schaden aushalten. Das ist praktisch wahrscheinlich dafür gemacht, dass, äh, weil, weil Monster höchstwahrscheinlich auch eure Tiere angreifen können. Ich hab's jetzt echt noch nicht ausprobiert, sorry, ist nagelneu. Ähm, ich schätze mal, das geht, dass Zombies oder ähnliches auch die Pferde oder deine Mounds angreifen sozusagen. Und deshalb, dass das Pferd ein wenig Schutz hat dadurch. Und, äh, dadurch nicht so schnell sterben kann, wenn's jetzt mal, wenn du's mal kurz außer Acht lässt. Ich mach mal kurz noch schnell, Time Set, Null. Okay, soviel jedenfalls zu dem Pferd. Sehr, sehr gut, finde ich, für weite Strecken und so. Das kommt mir schon so ein bisschen wie ein Mod vor, ist es aber nicht. Ist es wirklich ein neuer Snapshot, was demnächst bald in Minecraft mit implementiert wird. So, als nächstes hätten wir dann noch übrigens hier den Esel. Da setze ich mich grad nochmal drauf. Der wird jetzt auch versuchen, mich abzuwerfen. Wir versuchen ihn grad mal zu zähmen. Ja, wie sieht's aus? Und, er hat mich abgeworfen. Nein, ich will dich zähmen. So, du bist jetzt gleich mein Eselchen. Ach, das hat sich, äh, komisch angehört. Aber egal, jetzt bleib. Komm schon, dich krieg ich auch noch. Los. Ich zähm dich heute noch hier, das, das sag ich dir. Und wird das was, wird das was, wird das was? Nein, er hat mich schon wieder abgeworfen. Jetzt komm endlich hier. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Endlich, endlich, endlich. So, ähm, jetzt ist er endlich zahm geworden, ja. Der läuft jetzt halt hier rum, aber ich kann noch nicht steuern. Das heißt, ich steig mal kurz ab. Nehm den auch wieder mit, oder setz ihn mit einem Sattel sozusagen. Und dann kann ich den dementsprechend auch reiten. Äh, bei Esel gibt's jetzt noch ein zusätzliches Feature. Das sollte als Lastentier dienen. Und ich hab jetzt ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Es gibt eine Version, wo das, äh, wo der, 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 wo der Esel, ich hab mir viel das Wort, hier hinten noch eine Art Satteltasche dran hat. Das heißt, da hängt dann so eine Kiste hier hinten dran. Ah, okay, gut, hat sich erledigt. Man kann in eine Kiste nehmen und das Pferd mit einer Kiste ausstatten, sozusagen. Er sieht da so aus, wie man es gerade sehen kann. Man kann, kann man die Tasse, äh, Tasse, kann man die Tasche hier schon öffnen? Mit Shift-Klick vielleicht? Nein, das geht noch nicht. Ähm, also es ist noch nicht einfach, hier die Taschen zu öffnen. Hierfalls haben wir eine Kiste zum Beispiel in das Pferd reingesetzt. Also wir haben vielleicht eine Satteltasche verpasst, aber irgendwie, man steigt immer auf. Das ist das Problem, wenn man Shift drückt, ein Rechtsklick gemacht, dann steigt man trotzdem wieder. Warte mal. Shift, ein Rechtsklick, dann steigt man auf und gleichzeitig wieder ab, weil ja, oder STRG und Rechtsklick, nein, das geht auch nicht. Okay, also, äh, man kann das noch nicht öffnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in Zukunft noch Folgendes draus gemacht wird, dass, wenn man mit einem Esel unterwegs ist, der eine Satteltasche hat und, äh, sozusagen als Lastentier dient, sodass man damit Sachen transportieren kann. Gut, wenn man jetzt ein Pferd mit sich führen möchte, ohne es zum Beispiel zum Reiten, kann man das mit einer Schlinge machen, dafür kenne ich noch leider kein Crafting-Rezept. Das heißt, wenn ich die einfach neben und Rechtsklick mache, dann folgt einem das Pferd, äh, ganz genüsslich, man kann es hier langlaufen und, äh, dann zieht es das Pferd als einen hinter ihm her. Wenn man ein wenig zu schnell läuft, fängt es an zu sprinten und wenn man dann, äh, zu schnell irgendwie läuft, dann kann es sein, dass das Ding reißt, sozusagen. So, jetzt ist die Schlinge hier praktisch abgeploppt, gerissen und man hat die mit einer Verbindung zum Pferd verloren, aber das sammle ich jetzt gerade mal wieder ein. Okay, gut. Dann als nächste Option, Moment, lauf mal nicht so weit weg hier gerade mal, kann ich noch Folgendes kurz vorstellen, ich gehe mal kurz mit dem Pferd hier zurück, ähm, einmal absetzen. Man kann Pferde auch anbinden, dass sie nicht weglaufen, wie ihr es gerade gesehen habt. Man geht einfach hin mit einem, äh, mit einem, mit einem Lasso und bindet das dann jetzt hier an so einen Zaun. Das heißt, das Pferd bleibt die ganze Zeit hier und ist an diesem Zaun praktisch, ähm, angeleint und kann dementsprechend nicht weg. Die Frage, was passiert, wenn man sich draufsetzt, ob die Verbindung dann gelöst wird? Ja, dann wird die Verbindung gelöst, oder? Witzel das? Ja, witzel. Äh, so. Dann ist jetzt die Frage, das Seil, das Lasso ist gerissen, aber trotzdem hängt hier noch was dran am Zaun. Okay, das ist halt ein bisschen, ja, vielleicht verwackt, hat noch keiner ausprobiert. Gut, das Lasso nehme ich wieder mit, äh, sammle das Pferd ein, sammle den ein und dann geht aus den Esel übrigens, hole ich auch nochmal gerade. Kommst du ja zu mir, Eselchen? Ich setze dich auch nochmal hier dran, geht das vielleicht? Nein, oder doch, das geht. Geht das? Kann man zwei Tiere ein, Pfad pflücken? Ja, es geht. Gut, man kann die auch zu zweit anbinden und wenn man hier rechts drauf macht, dann trennt man automatisch die, äh, wie soll ich mal sagen, die, 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 die Seile. Also man kann sehr, sehr schnell auch viele, kann man eigentlich zwei, ja, das geht. Man kann auch zwei Tiere miteinander verbinden und zwei Tiere, die sich herziehen, dann zu zweit hier theoretisch dann wieder dran anleihen. Das geht auch mit Schafen und, äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt, äh, irgendwo unterwegs seid und euch ein Gehege anlegen wollt und dann habt ihr ein paar, ähm, Sheeps zum Beispiel, sag ich jetzt mal, dann könnt ihr ein paar Schafe spawnen und, äh, die dann praktisch zu eurem Gehege führen. Wenn ihr genug, äh, Lassos sozusagen oder Seile habt, geht einfach hin und, ja, bindet die unten dran, dann sind die auch noch mit dran gefesselt. Die könnt ihr dann halt sicher zu eurem Gehege führen und müsst ihr nicht irgendwie reinschieben oder mit Heulocken, das ist dann vielleicht ein bisschen passender. Okay, so viel dazu. Das wäre es jetzt eigentlich schon zu dem Feature, ähm, Esel plus, ähm, Pferd plus, äh, Lassos allgemein. Als nächstes gibt es noch folgendes, ähm, und zwar gibt es ab sofort Teppiche sind eingeführt worden. Die Craftmann, die man vom Craftingbox zwei Wollestücke nebeneinander legt, nehme ich mir gerade mal, das heißt, wir können jetzt auch theoretisch für Häuser, sag ich jetzt mal, hier unten, ähm, einfach dann Teppiche legen. Ist an sich ganz nett, finde ich. Die bleiben auch so. Es ist noch ein bisschen unrealistisch, das Crafting-Rezept, dass, ähm, man zum Beispiel durch zwei Wolle nur einen kleinen Carpet-Dingensen rauskriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus vielleicht aus zwei Wolle-Blöcken insgesamt, ja, lass mal überlegen, acht von diesen, ne Quatsch, 16, ähm, 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 Teppiche rauskriegt. Das wäre vielleicht ein bisschen logischer, weil das Ding ist ja ein Pixel hoch, der Block ist 16 Pixel, das heißt, äh, ja, irgend sowas müsste gehen. Vielleicht. Wäre vielleicht ganz cool, wenn das so läuft. Ich könnte es mir vorstellen, also eins ist ein bisschen wenig, wird sich auf jeden Fall noch ändern. So, dann als, ähm, nächstes gibt es noch eine weitere Sache und zwar gibt es eine neue Verzauberung eingeführt worden, beziehungsweise, äh, macht die Verzauberung jetzt ein bisschen was mehr. Ihr kennt ja auf den Helmen Respiration, ähm, die ist, würde ich jetzt gerade mal kurz nehmen. Respiration 3 auf Helm. Und der hat folgende Eigenschaft, da kann man eine bessere Unterwassersicht hinkriegen. Moment, ich muss hier mal gerade irgendwie unter Wasser, haben wir irgendwo ein Meer zufällig. Da vorne ist ein bisschen See. Ich verlasse jetzt gerade mal oben meine Gegend. Wilde Pferde würden despawnen, aber ich glaube, die gezähmten Pferde und Esel, die müssen eigentlich da bleiben. Da falle ich mal ganz kurz runter. Ihr kennt jetzt die eigentliche Sicht, äh, ich frag mich jetzt übrigens gerade, okay, die Experience-Leiste hat die Farbe geändert. Das ist unten noch was Neues. Ähm, die eigentliche Sicht unter Wasser sieht ja so aus, eher ein bisschen trüben. Wenn ich jetzt vergleichsweise mal den Helm aufsetze, dann hat sich das aufgehellt. Und es ist viel, 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 wir haben eine richtig gute Sicht unter Wasser. Und das ist vielleicht ganz cool, wenn man mal, keine Ahnung, was macht. Was sollte man so alles machen können? Na, egal. Äh, also Unterwassersicht ist in dem Falle eigentlich möglich. Nicht wundern, wegen dem Biom hier. Das ist zufällig mal mit einem Mod generiert worden. Das heißt, es ist eigentlich kein normales Biom. Und ich hab's halt mal dann hier so da gelassen. Gut, als nächstes hab ich noch von einem Feature gehört, was ich noch nicht bestätigen kann. Das ist mehr so gerüchterweise. Das heißt, im Klartext, wenn man sich lange in einer Region aufhält, oder in einem Gebiet in Minecraft in der Welt, werden die Monster nach einer Weile immer stärker. Das heißt, sie bekommen Rüstung, beziehungsweise Schwerter und halten vielleicht mehr aus dadurch, machen noch mehr Schaden. Ähm, hab ich gerüchterweise gehört. Das heißt, wenn man weiterzieht, gibt's dann wieder einfache Mobs sozusagen. Das heißt, je länger man sich an einem Ort aufhält, umso mehr muss man die Gegend, sag ich jetzt mal, befestigen gegen Mobs oder andere Eindringende, so nach dem Motto. Ähm, kann ich, hab ich jetzt nur gerüchterweise gehört. Kann ich noch nicht bestätigen. Gut. Als nächstes gibt's auch noch ein paar neue Dateien in den Minecraft, äh, Minecraft-Ordner, äh, die eventuell Baupläne oder, oder PNGs, also Bilddateien für neue Mobs darstellen könnten. Vielleicht sind's, ähm, neue Bosse. Das eine sieht so ein wenig skelettartig aus, das andere ist so ein bisschen grünlich. Keine Ahnung, wie das, vielleicht sumpfmonstermäßig. Ähm, vielleicht wird sich da in Zukunft noch was tun. Das ist noch unsicher. Gut, das wär's jedenfalls zu diesem Snapshot hier, ähm, das wär's eigentlich alles, was ich so zu sagen hätte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer nächsten Snapshot-Vorstellung. Und, äh, diese kommt dann, äh, wenn der neue Snapshot da draußen ist. Gut, äh, vielleicht sehen wir uns in einem anderen Video. Und dann würde ich sagen, tschüss. 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 Tch. Vielen Dank.